Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach und ich möchte dir hier meine Meditation Academy vorstellen. Was ist die Meditation Academy und wie kam sie zustande und was für Vorteile und Nutzen hast du in der Meditation Academy? Die Meditation Academy ist eine Sammlung meines Wissens. Es ist eine Sammlung von Seminaren, die ich gehalten habe, Live-Seminare oder Online-Seminare und die wurden mitgeschnitten und das ist alles da drin zu finden. Also mehrere tausend Euro wert allein an Seminartickets, unabhängig von dem ganzen Content, wie viel da drauf ist für alle möglichen Themen. Und zwar das Thema Bewusstseinserweiterung, Meditation, Spiritualität, außerkörperliche Erfahrungen, luzides Träumen, schneller Lesen. Ich bin jemand, der sich sehr viel beschäftigt mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Meditation, mit Wissen und vor allem Bewusstseinserweiterung. Ich durfte sehr viele Bücher lesen, mehrere tausend Bücher und durfte auch sehr viele Lebenserfahrungen sammeln. Und ich habe diese zwei Sachen miteinander verbunden und durfte dann im nächsten Schritt dann viele Erfahrungen machen in erweiterten Bewusstseinszuständen. Und diese ganzen Erkenntnisse, die ich dort gewonnen habe, habe ich hier in der Academy zusammengefasst. Ich habe angefangen, mein Wissen zu teilen auf YouTube. Mein Kanal ist dadurch ziemlich gewachsen. Ich habe viele Fragen bekommen und irgendwann waren die Fragen so groß und die Community so groß. Und da bin ich so dankbar dafür, dass es einfach irgendwann zu einem Punkt kam, wo ich nicht mehr alle Fragen beantworten konnte. Und ich habe dann versucht, mein Wissen nicht wie auf YouTube einfach rauszuhauen, jede Woche ein Video oder so oder früher jeden Tag, sondern einfach in eine Struktur zu bringen. Dass ich das Wissen, das ich hier habe, strukturiere mit einem Pfad, mit Checklisten, mit Workbooks. Wenn du dich für ein Thema interessiert, dann hat man dort die Möglichkeiten, noch viel tiefer einzusteigen. Und das ist die Meditation Academy. Das ist sozusagen mein Portal, wo ich dir einfach zeige, was Bewusstseinserweiterung bedeutet und wie du dein Bewusstsein am schnellsten Weg erweitern kannst. Und ich möchte dir ein paar Vorteile nennen, die du bekommst, wenn du in der Meditation Academy bist. Auf der einen Seite hast du eine eigene App, die kannst du dann sozusagen direkt nutzen. Du kannst dann installieren auf dem Handy, Tablet und dann kannst du die ganzen Kurse und Seminare, die in der App drin sind, anschauen. Dann bekommst du den Zugang zu Zoom-Seminaren. Ich veranstalte fast jedes Monat ein Live-Seminar über Zoom zu allen möglichen Themen. Und diese ganzen Seminare, die zwischen 100 bis näheren 100 Euro kosten, sind in der Meditation Academy inkludiert. Dann kannst du das einfach monatlich kündigen. Die Academy kostet nicht viel. Also wirklich zu einem Kleinstbetrag im Monat hast du einfach zu einem ganzen Wissen Zugang. Dann bekommst du auf die Live-Seminare, ich veranstalte im Jahr so ungefähr drei Live-Seminare, 50% Rabatt auf alle Live-Seminare. Dann bekommst du zu vielen Seminaren Workbooks, Checklisten, PDFs und so weiter. Dann bekommst du die ganzen Live-Seminar-Mitschnitte. Also die ganzen Live-Seminare, die jemals abgehalten wurden, sind da drin mitgeschnitten und mit einer Struktur. Die kannst du dir einfach anschauen, sind mehrere tausend Euro an Wert an Seminartickets. Dann bekommst du in den Kursen Essenzen. Also nicht einfach nur irgendwelches Blabla-Wissen, sondern die Essenzen von den Essenzen. Ich möchte ja deine Zeit nicht schinken. Dann bekommst du Zugang zu den Gruppenmeditationen. Einmal im Monat gibt es eine Live-Gruppenmeditation. Dort bekommst du immer einmal im Monat einen Zoom-Zugang. Dann siehst du mich und wir können reden und wir können an dem Abend meditieren und uns auch ein bisschen austauschen. Du bekommst direkt einen Kontakt zu mir. Und dann bekommst du natürlich auch Zugang zu den ganzen Online-Seminaren, die jemals auch aufgezeichnet wurden. Nicht nur, dass du teilnehmen kannst, kostenlos an allen Live-Seminaren, die ja mehrere hundert Euro kosten, sondern du kannst auch alle, die online schon mal waren, auch einfach im Nachhinein ansehen, falls du verpasst hast oder dir es nicht leisten kommt. Dann kommen immer neue Kurse und neue Videos dazu. Dann hast du auch Zugang zu einer eigenen Telegram-Gruppe, zur Community. Und die ganzen bisherigen Live-Meditationen, die wir waren, werden dort natürlich auch aufgezeichnet. Und du kannst natürlich dann im Nachhinein mitmachen. Und es gibt viele Kurse, die aktuell da sind. Und zwar eine ist zum Beispiel God Chronicles. Es gibt ja zwei Arten von Memberships übrigens. Also wir werden da gleich später darauf zu sprechen kommen, was die Unterschiede sind. Einmal haben wir das Master Membership und einmal haben wir das Starter Membership. Im Master Membership sind ein paar mehr Sachen drin. Wie zum Beispiel, du kannst halt, ja ich werde es eh gleich erklären, aber da sind zum Beispiel God Chronicles, Meditation High oder Kabbalah Chronicles drin. Dann die ganzen Mitschnitte, die ganzen Live-Seminare, die schon mal waren. Also sehr, sehr viel wert. Das kann ich einfach nicht für die 20 Euro hergeben, weil einfach das Verhältnis ist einfach vom Energie ausgerechnet nicht dasselbe. Und ab dem Starter, also die Master Membership kriegen alles, was im Starter auch drin ist. Die haben dann auch Zugang zu den ganzen aufgezeichneten Online-Seminaren, aber nicht zu den Live-Seminaren. Und auch viele andere Kurse. Einfach, wenn du diese Seite runter scrollst, dann siehst du die ganzen Seminare, die ganzen Kurse und es kommen ab jetzt immer laufend neue dazu. Ja, das ist es. Und die Academy hat fünf Schwerpunkte. Einmal Bewusstseinserweiterung, Spiritualität, Meditation, Tiefenmeditation, Persönlichkeitsentwicklung, so Superlearning, Speedreading und halt die ganzen mitgeschnittenen Seminare, live wie auch online. Und die ganzen Kongress-Interviews, Kongress-Mitschnitte, die ich jemals gemacht habe, sind einige gewesen, sind dort drin. Okay, that's it. Das ist so ganz grob die Meditation Academy. Und ich gehe jetzt mal kurz mit dir noch die zwei Varianten an. Also im Starter kannst du monatlich kündigen, du kriegst eine eigene App, du hast Zugang zu den Kursen, die da sind. Auf der Startseite wird genau gezeigt, welche Kurse. Aufgezeichnete Kongresse mit Schnitte und Interviews bekommst du, plus die ganzen PDF-Checklisten und Workbooks, die bei den Seminaren dabei sind und laufen neue Kurse und Updates und neue Inhalte. Also es ist ein System, welches immer weiter wächst. Ich weiß, früher kamen nicht so viele dazu, weil ich in einer Lebenslage war, wo ich keine Zeit hatte, aber das sich ab jetzt schlagartig gewandelt. Und jetzt werde ich so viel Engagement reinhauen, das wirst du schon noch sehen. Was ist der Unterschied zum Master? Ab das, was du bis jetzt bekommst, bekommst du auch genauso im Master. Nur du bekommst dazu Aufzeichnungen aller Online-Seminare, Aufzeichnungen aller Live-Seminare, exklusive Kurse, also diese Kurse, es kommen auch immer neue Kurse zu, die nur für Master-Memberships zuständig sind. Dann alle Zoom-Seminare, die jemals stattgefunden haben und stattfinden, die jeweils mehrere hundert Euro kosten und kosten werden, sind inkludiert. Du zahlst 40 Euro und ich habe fast jedes Monat einen Seminarwert von mehreren hundert Euro. Das heißt, alleine deswegen refinanziert sich das komplett schon. Du kannst einfach komplett kostenlos teilnehmen. Und du bekommst 50% Rabatt auf alle Live-Seminare. Also es ist einfach ein Geschenk. Und Meditation Academy Community Zugang für einen Austausch. Ich bin auch übrigens in der Gruppe, man kann dann direkt auch mit mir kommunizieren. Es dient aber jetzt nicht als Einladung, mich den ganzen Tag zu bombardieren mit Texten. Und einmal im Monat eine exklusive Live-Gruppen-Meditation über Zoom und Zugang zu den ganzen bisherigen Live-Meditationen. That's it. Das ist meine Meditation Academy. Ja, hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Die war früher ein bisschen anders. Jetzt ist sie bei der Membership. Viele fragen mich, warum jetzt Membership? Warum monatlich? Weil ich einfach durch diesen kleinen Betrag monatlich jedem die Möglichkeit geben möchte, der sein Bewusstsein erweitern möchte und sich für diese Themen interessiert, dass er Zugang dazu bekommt. Weil 19,95 Euro, das ist für viele drin. Ein Kurs, der normal 100 Euro kostet. Früher konnte man die Kurse einzeln kaufen für mehrere hundert Euro. Das kann sich nicht jeder leisten. Und das ist auch etwas, wo ich sage, nee, Bewusstseinserweiterung sollte jedem zugänglich gemacht werden und deswegen diese Summe, diese kleinen Preise. Mein Ziel ist nicht, dass ich damit reichen werde oder so mit 20 Euro. Wenn ich jetzt die Steuern abziehe plus die ganze Gebühr, die ich dann dem Provider, der das Zahlungspayment macht, abziehe, bleiben mir 7 Euro. Und wenn ich die Steuern davon auch abziehe, davon kann man nicht leben. Erst tausende Teilnehmer. Ich mache das einfach nur, damit das Wissen an breiteren Menschen zugänglich gemacht wird und damit Menschen, die sagen, ich möchte, ich interessiere mich dafür, sich das auch leisten können und das Wissen auch bekommen. So meine, that's it, das ist die Meditation Academy. Es wäre mir eine riesengroße Ehre, wenn du reinkommst. Wie gesagt, ich habe regelmäßig neue Seminare, Zoom-Seminare, Live-Seminare, wo wir uns live auch kennenlernen würden. Wenn du im Master-Membership drin bist, dann werden wir uns dort regelmäßig sehen. Du wirst mit mir eine Beziehung aufbauen. Vielleicht entwickelt sich sogar eine Freundschaft. Und ja, es wäre für mich nichts Cooleres, als dich persönlich kennenzulernen, dich zu begleiten mit meinem Wesen, mit meinem Sein, mit meinem Wissen und ein Teil deines Lebens zu werden und gemeinsam den Weg der Bewusstseinserweiterung zu gehen. Schlussendlich der Weg, um mehr Liebe in uns zu integrieren. In dem Sinne wäre es meine große Ehre, dich dabei zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wir sehen uns hoffentlich dann in der Meditation Academy oder in einem Online-Seminar oder in einem Offline-Seminar. Also, bis dann. Ciao, Baba. Ich freue mich, wenn du dabei bist.